Was hast du vor, Julia? Wie hast du mich gefunden? Ist das die Erde? Sag mir sofort, was du vorhast. Das wirst du noch erfahren, Mia. Moment mal. Wusste Pedro, dass du unser Feind bist? Der Code unserer Mission ist 1021 1291. Jetzt verstehe ich es. Was verstehst du? 1021 1291 steht für Julia. Hey, das sind doch nur irgendwelche Zahlen. Nein, 10 steht für J, 21 steht für U und so weiter. Da kommt das Wort Julia raus. Verstehe, Pedro wusste also, wer ich bin. Wo ist dieser Pedro denn? Er ist vor der Tür und hält die Laser auf. Schaltet die Laser ab. Aber Frau Müller, ist das eine gute Idee? Tut, was ich sage. Äh, haben die Frau Müller zu dir gesagt? Ja, und? Ich will wissen, was du vorhast. Du kannst mich eh nicht aufhalten. Das werden wir sehen. Warum sind die Laser weg? Du bleibst hier, Robby. Was ist los, Pedro? Verfolg mich nicht. Ich werde dich vermissen. Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Tschüss, Robby. Willst du wieder meinen Vater heiraten? Nein, das will ich nicht. Echt nicht? Aber wieso nicht? Das ist nicht mehr mein Ziel. Ich liebe Paul noch. Aber er will mich nicht heiraten. Was ist dann dein Ziel, Julia? Ich werde. Da bist du ja, Pedro. Wusstest du, dass Julia unser Feind ist? Ja, das wusste ich. Aber wie kann das sein? Warum hast du mir nichts gesagt? Es gibt Dinge, die du nicht weißt, Mia. Was ist los? Was weiß ich nicht, Pedro? Hallo, Pedro. Hallo, Julia. Kennt ihr euch? Was ist hier los, Pedro? Julia, läuft alles nach Plan? Ja, genau wie wir es geplant haben. Sehr gut. Sag mir jetzt sofort, was los ist, Pedro? Wir brauchen dich, Mia. Hä? Wobei denn? Wir wollen doch Julia aufhalten. Du hast gesagt, sie will die Erde zerstören. Ja, sie will die Erde wirklich zerstören. Und warum halten wir sie dann nicht auf? Pedro will auch die Erde zerstören. Wie bitte? Was redest du da? Sag mir, dass das nicht stimmt, Pedro. Es stimmt, Mia. Die Erde muss zerstört werden. Bist du völlig verrückt geworden? Du bist doch ein Agent. Ich habe Julia vor zehn Wochen kennengelernt. Sie hat mir von ihrem Plan erzählt und es ergibt alles Sinn. Was ist das für ein Plan? Ich erzähle es dir. Vor zehn Wochen. Ich glaube, ich habe den Eingang gefunden. Ich muss den Feind aufhalten. Hier sind Laser. Wie komme ich zur Tür? Was willst du hier? Wer bist du? Bist du unser Feind? Sag mir, was du willst. Ich habe die Mission, dich aufzuhalten. Komm rein. Warum hast du die Laser ausgestellt? Ich will mit dir reden. Das war ein Fehler von dir. Ich werde dich aufhalten. Ergib dich. Du bist verhaftet. Möchtest du die Menschen retten? Ja, das ist meine Aufgabe. Dann hilf mir. Mit meinem Plan werden wir die Menschheit retten. Was ist das für ein Plan? Jetzt sag schon. Ich werde die Erde zerstören. Bist du verrückt? Du hast doch gesagt, dass du die Menschen retten willst. Ja, das will ich. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Das ergibt ja echt keinen Sinn. Warte ab mir. Es hat wirklich Sinn ergeben. Du willst also die Menschen retten, aber gleichzeitig die Erde zerstören. Wie passt das zusammen? Es ist eigentlich ganz einfach. Ich erkläre es dir. Ich bin sehr gespannt. Wenn die Erde zerstört ist, gibt es keine Probleme mehr. Aber dann sind doch auch die Menschen tot. Ich werde 100 Menschen auf den Mars fliegen. Diese Menschen fangen ein neues Leben auf dem Mars an. Und sonst sollen alle anderen Menschen sterben? Ja, nur so kann die Menschheit gerettet werden. Dann gibt es keine Kriege, keine Gewalt und keinen Hunger mehr auf der Welt. Das klingt irgendwie logisch. Ich könnte deine Hilfe dabei gebrauchen. Hilfst du mir? Wir könnten Partner werden. Dein Plan ergibt Sinn. Ich werde dir helfen. Wie ist dein Name? Julia. Und wie heißt du? Pedro. Unsere Mission heißt jetzt 1021 1291. Okay. Wir werden die Menschheit retten. Zehn Wochen später. Ich kann es nicht glauben, Pedro. Ist das echt die Wahrheit? Ja. Wir werden die Menschheit retten. Dabei brauchen wir deine Hilfe, Mia. Wie soll ich denn helfen? Du musst die 100 Menschen zu unserer Rakete bringen. Die Rakete fliegt dann zum Mars. Und was macht ihr? Wir werden einen Asteroiden mit Raketen abschießen. Wieso wollt ihr das machen? Dadurch wird der Asteroid in viele Stücke gerissen, die auf die Erde stürzen werden. Dann wird die Erde aber zerstört und viele Menschen werden sterben. Genau, das ist der Plan. Nur so können wir die Menschheit retten. Aber ihr könnt doch nicht 8 Milliarden Menschen töten. Das müssen wir aber. Aber was ist mit meiner Familie? Deine Familie wird auch auf den Mars fliegen. Echt? Ja, außer deine Mutter. Warum das denn? Ach, nur so. Ich werde euch nicht helfen. Ihr seid beide total verrückt. Du verstehst es einfach nicht, Mia. Doch, ich verstehe das sehr gut. Pedro ist ein mieser Verräter. Ich lasse nicht zu, dass ihr die Erde zerstört. Das ist meine Heimat. Meine Familie und meine Freunde leben hier. Aber ihr könnt doch auf dem Mars zusammenleben. Das will ich aber nicht. Das ist schade, Mia. Ja, wirklich schade. Dann werden wir dich jetzt aufhalten. Versucht es doch. Haha. Vorsicht, Julia. Mia ist die beste Agentin der Welt. Ja, ihr legt euch besser nicht mit mir an. Guck mal, da ist ein Döner für 2 Euro. Hey, wo? Döner für 2 Euro? Ja, da hinten. Julia, da ist auch mein Vater. Echt? Paul? Ich muss alle retten. Was machst du hier? Pedro ist verrückt geworden. Er will zusammen mit Julia die Erde zerstören. Das kann ich nicht glauben. Doch, ich muss unserer Chefin alles erzählen. Lass mich hier nicht zurück. Das glaube ich nicht, Döner Girl. Aber ich erzähle die Wahrheit. Pedro arbeitet schon seit Jahren für uns. Er ist ein sehr guter Agent. Jetzt arbeitet er aber für Julia. Wenn wir nichts tun, wird die Erde zerstört werden. Das reicht jetzt, Döner Girl. Vielleicht warst du doch nicht bereit, eine Agentin zu werden. Sie machen einen großen Fehler. Nein, das mache ich nicht. Dann muss ich die Erde alleine recken. Bleib stehen, Döner Girl. Mia hat uns reingelegt. Ich habe ja gesagt, dass sie die beste Agentin ist. Ist jetzt egal. Wir müssen die Raketen abfeuern. Wo sind die 100 Leute, die zum Mars fliegen? Die steigen jetzt ein. Gut, dann können wir jetzt auf den Asteroiden schießen. Das geht aber nicht. Wieso nicht? Die Codes, die meine Männer geklaut haben, waren falsch. Auf dem USB-Stick war nur ein GPS-Signal. Ach ja, das ist ein Problem. Der Asteroid ist aber gleich da. Wir müssen Raketen auf ihn schießen. Es gibt eine andere Möglichkeit, die Raketen abzufeuern. Welche denn? Überlass das mir, Pedro. Ich weiß, was ich tue. Okay, ich vertraue dir. Ich werde die Erde retten. Die Menschen verdienen es zu leben. Ich habe es geschafft. Die Raketen starten. Die Raketen sind abgefeuert. Gut. Wie lange dauert es, bis sie beim Asteroiden sind? Nur drei Minuten. Oh nein, die Raketen wurden abgefeuert. Gebt einen Daumen hoch für Part 8 und klickt auf dieses Video.